Musik Gibt's irgendein Problem? Sagen Sie Ihren Jungen freuen, Sie sollen verschwinden, ja? Habt ihr gehört, das ist hier kein Jugendtreff? Ja? Schönen guten Morgen, Frau Marquardt. Ach, Herr Sonnwichler, ich, äh, ich dachte, finden Sie das Motorrad nicht ein bisschen albern für Ihr Alter? Ja, da haben Sie recht. Wir wollen uns demnächst was Stotteres zulegen. Ja, eine Motorcrossmaschine vielleicht, ja? Freue ich mich schon drauf. Grenzt nicht so frech, putzt dir lieber die Schuhe, ja? 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 Vielen Dank.